David Gemmel Die Legende Ein Buch aus der Dräneisaga Prolog Der Dränei-Herold wartete nervös vor den großen Türen des Thronsaals, flankiert von zwei Nadirwächtern, die geradeaus starrten, die schräg stehenden Augen fest auf den Bronzer Adler gerichtet, mit dem das dunkle Holz verziert war. Er leckte sich die trockenen Lippen und zog den Purpurumhang um seine knochigen Schultern zurecht. Im Ratssaal in Drenan, 900 Kilometer weiter südlich, war er so zuversichtlich gewesen, als Aberlein ihn gebeten hatte, diese delikate Mission zu übernehmen, eine Reise in das ferne Gulgutir, um die Verträge zu unterzeichnen, die mit Ulrik, dem Herrscher der Nadir-Stämme, geschlossen worden waren. Bartellus hatte in der Vergangenheit geholfen, Verträge zu entwerfen und war zweimal bei Gesprächen in Wagria im Westen und in Mashrapur im Süden dabei gewesen. Jedermann wusste, wie wertvoll der Handel war und dass die Notwendigkeit bestand, kostspielige Unternehmen wie Kriege zu vermeiden. Ulrik würde keine Ausnahme bilden. Zwar hatte er die Völker der nördlichen Steppe überfallen und ausgeplündert, aber diese hatten schließlich auch sein Volk über die Jahrhunderte hinweg mit ihren Steuern und Überfällen ausgeblutet. Sie hatten die Saat ihrer eigenen Zerstörung gesät. Nicht jedoch die Drenai. Sie hatten die Nadir immer mit Takt und Höflichkeit behandelt. Aberlein selbst hatte Ulrik zweimal in seiner Zeltstadt im Norden besucht und war königlich empfangen worden. Aber Bartellus war über die Verwüstung in Gurgutti entsetzt gewesen. Dass man die gewaltigen Tore niedergerissen hatte, war nicht verwunderlich, aber viele der Verteidiger waren anschließend verstümmelt worden. Auf dem großen Platz in der Hauptfestung war ein Hügel aus menschlichen Händen errichtet worden. Bartellus schauderte und versuchte, diese Erinnerungen zu verdrängen. Drei Tage hatten sie ihn warten lassen, aber sie waren höflich gewesen, sogar freundlich. Wieder zupfte er seinen Umhang erneut zurecht, denn er war sich bewusst, dass seine hagere, eckige Gestalt der Heroldsrobe wenig zur Ehre gereichte. Er nahm ein Leinentuch aus seinem Gürtel, mit dem er sich den Schweiß von der hohen, kahlen Stirn wischte. Seine Frau warnte ihn ständig, dass sein Kopf verwirrend glänzte, wenn er nervös war. Ihm wäre lieber gewesen, diese Beobachtung wäre unausgesprochen geblieben. Er warf einen Blick auf den Wächter zu seiner Rechten und unterdrückte ein Schaudern. Der Mann war kleiner als er und trug einen stachelbesetzten Helm, der mit Ziegenfell eingefasst war, sowie eine bemalte, hölzerne Brustplatte und einen gezackten Speer. Sein Gesicht war flach und grausam, die schräg stehenden Augen dunkel. Falls Barthellus jemals einen Mann brauchte, um einem anderen die Hand abschlagen zu lassen. Er blickte nach links und wünschte, er hätte es nicht getan, denn der Wächter sah ihn an. Barthellus fühlte sich wie ein Kaninchen unter einem herabstürzenden Habicht und richtete seinen Blick hastig wieder auf den Bronzeadler auf der Tür. Barmherzigerweise hatte das Warten ein Ende, denn die Türen schwangen auf. Barthellus holte tief Luft und marschierte hinein. Der Raum war lang. Zwanzig Marmorsäulen trugen die mit Fresken versehene Decke. An jeder Säule hing eine brennende Fackel, die düster tanzende Schatten an die Wände warfen und bei jeder Säule stand ein Nadierwächter mit einem Speer. Die Augen starr nach vorn gerichtet, marschierte Barthellus die 50 Schritte bis zum Thronen auf dem Marmorpodest. Darauf saß Ulrik, Kriegsherr des Nordens. Er war nicht hoch gewachsen, strahlte jedoch Macht aus und als Barthellus näher kam, war er vom Aussehen und der spürbaren Energie dieses Mannes beeindruckt. Er besaß die hohen Wangenknochen und das nachtschwarze Haar der Nadier, doch seine schräg stehenden Augen waren überraschend violett. Der dreifach gegabelte Bart gab dem dunklen Gesicht einen dämonischen Anschein, der jedoch durch das warme Lächeln des Mannes Lügen gestraft wurde. Was Barthellus jedoch am meisten beeindruckte, war die Tatsache, dass der Herrscher der Nadier eine weiße Dreneirobe trug, die mit Aberleins Familienwappen bestickt war, einem goldenen Pferd, das sich über einer silbernen Krone aufrichtete. Der Herold verbeugte sich tief. Herr, ich bringe euch die Grüße des Fürsten Aberlein, dem gewählten Führer der freien Völker der Drenei. Ulrik erwiderte den Gruß mit einem Nicken und bedeutete ihm, mit einer Handbewegung fortzufahren. Aberlein beglückwünscht euch zu eurem großartigen Sieg über die Rebellen von Gulgutir und hofft, dass ihr nun, wo die Gräuel des Krieges hinter euch liegen, Zeit findet, die neuen Verträge und Handelsvereinbarungen zu prüfen, die er mit euch bei seinem überaus erfreulichen Aufenthalt hier im letzten Frühjahr besprochen hat. Ich habe hier einen Brief von Aberlein, ebenso die Verträge und Vereinbarungen. Barthelus trat vor und reichte Ulrik drei Schriftrollen. Ulrik nahm sie und legte sie behutsam neben sich auf den Boden. Ich danke dir, Barthelus, sagte er. Sag mir, fürchten die Drenei wirklich, dass meine Armee ganz gegen Drostell noch marschieren wird? Ihr scherzt, Herr! Keineswegs, antwortete Ulrik mit seiner tiefen, wohlklingenden Stimme unschuldig. Die Händler haben mir erzählt, dass in Drenan viel darüber geredet wird. Das ist nur mäßiges Geschwätz, erklärte Barthelus. Ich selbst habe geholfen, die Vereinbarung aufzusetzen. Wenn ich bei den komplizierten Stellen behilflich sein kann, wäre es mir ein Vergnügen. Ich bin sicher, dass alles in Ordnung ist, meinte Ulrik. Aber du musst verstehen, dass mein Schamane Nostakan die Omen prüfen muss. Ein primitiver Brauch, ich weiß. Aber das siehst du sicherlich ein, nicht wahr? Selbstverständlich. Solche Dinge sind eine Frage der Tradition, erwiderte Barthelus. Ulrik klatschte zweimal in die Hände und aus den Schatten zur linken tauchte ein verhutzelter alter Mann in einem schmutzigen Umhang aus Ziegenfell auf. Unter seinem knochigen rechten Arm trug er ein weißes Huhn und in seiner linken Hand eine große, flache Holzschale. Ulrik erhob sich, als er näher kam, streckte die Hände aus und ergriff das Huhn am Hals und den Beinen. Langsam hob Ulrik es über seinen Kopf und dann, während Barthelus Augen sich vor Entsetzen weiteten, ließ er das Huhn sinken und biss ihm den Hals durch, sodass der Kopf vom Körper gerissen wurde. Die Flügel schlugen noch wild, Blut quoll hervor und bespritzte und tränkte das weiße Gewand. Ulrik hielt den zuckenden Kadaver über die Schale und beobachtete, wie der Lebenssaft das Holz befleckte. Nostakhan wartete, bis der letzte Tropfen aus dem Fleisch gequollen war und hob dann die Schale an die Lippen. Er blickte zu Ulrik auf und schüttelte den Kopf. Der Kriegsherr warf das Huhn beiseite und zog langsam das weiße Gewand aus. Darunter trug er eine schwarze Brustplatte und ein Schwertgehänge. Er nahm den Kriegshelm aus schwarzem Stahl, eingefasst mit Silberfuchsfell, der neben dem Thron stand, und setzte ihn auf. Dann wischte er sich den blutverschmierten Mund am Draeneigewand ab und warf es Barthellos nachlässig vor die Füße. Der Herold blickte auf das blutgetränkte Gewand zu seinen Füßen. Ich fürchte, die Omen sind nicht günstig, sagte Ulrik.